Das ist Timmy. Timmy ist nicht dumm, Timmy hat aber den Wert seines einzigen Lebens noch nicht geblickt. Daher verschwendet er all seine Freizeit mit Beschäftigungen, die weder ihm noch seiner Umwelt nützen. Natürlich lernt er auch viel, nämlich in der Schule. Dort lernt er aber das Gleiche wie alle anderen und er tut es auch nicht wirklich freiwillig. Er steht in Konkurrenz mit anderen Timmys. Nämlich um Anerkennung. Anerkennung macht sich in unserer Kultur hauptsächlich fest an Bildung und an Wohlstand. Leider machen die Dinge, die einen am weitesten bringen, nur den wenigsten Leuten Spaß. Und das, was den meisten Spaß macht, bringt meistens wenig oder schadet sogar. Timmy ist froh, wenn er nach der Schule nichts mehr lernen muss und will dann möglichst nur Spaß haben. Er schafft wenig Neues, sondern konsumiert das, was andere geschaffen haben. Natürlich lernt er dabei auch etwas. Er lernt aber nicht, etwas von selbst zu tun. Außerdem scheint er mehr Geld zu brauchen, je mehr Spaß er haben will. Darum muss er irgendwie an Geld kommen. Er macht Dinge, auf die er keine Lust hat, um mehr Geld zu bekommen. Halt, nein! Das ist doch bescheuert. Denn das ist L3P3. L3P3 hat mehr Geld als er braucht. Und er labert gerne andere Leute voll und berät sie gerne. Da er gerne Videos macht und genügend Themen hat, macht er Videos. Auf Dauer wird ihm aber langweilig, nur alleine Videos zu machen. Timmy macht etwas. Dann gibt er das Ergebnis zusammen mit seiner Dash-Adresse L3P3. L3P3 schaut sich das an und gibt Rückmeldung dazu. Jeder kann Timmys Werk im Video sehen, aber Timmy bleibt anonym, wenn er möchte. Je nachdem, wie sehr sich Timmy angestrengt hat, bekommt er Dash-Coins zugeschickt. Timmy hat nun mehr Geld und hat dabei noch gelernt, selbst etwas zu machen. Jetzt hat Timmy Geld. Und Erfahrung. Und Spaß. Und SARS. Und keine Freunde mehr.